Ich bin Bruder Ortslief aus dem Zisterzenser Kloster in Äußertal, circa zwei Stunden Fußweg von hier entfernt. Und mein Abt hat mir aufgetragen, euch fromme Leute heute mit hinauf auf die Burg Triefeld zu nehmen. So, bevor wir zur Burg hinauf gehen, wollte ich euch aber, wenn ihr schon einmal hier seid, ein wenig unsere Stadt zeigen. Aber die Zünfte waren nicht nur zum Vergnügen da, sondern sie regeln das ganze Wirtschaftsleben in unserer Stadt. Genau, die Kirche und die Burg, das sind natürlich die zwei wichtigsten Gebäude für Anweiler und dementsprechend sind sie auch auf dem Stadtwappen drauf. Ach ja, und hier ist übrigens noch die Stadtrechtsurkunde, die der Kaiser Friedrich 1219 für die Anweilerbürger ausgestellt hat. Und dort ist genau aufgelistet, welche Rechte die Bürger haben. Zum Beispiel genießen sie Zollfreiheit im ganzen Reich und sie müssen niemandem außer dem Kaiser Steuern bezahlen. Das sind große Privilegien. Als Vorlage dafür hat man die Stadtrechtsurkunde der Stadt Speyer genommen. Somit ist die Stadt Anweiler die zweitälteste Stadt in der Pfalz nach der Stadt Speyer. Das ist die Stadt Speyer. Die Stadt Speyer. Das ist die Stadt Speyer. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Süßenseiby. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018